Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Mit dabei ist heute wieder die Alexa und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wo hast du ihn gesehen in den Lappen? 46 war dabei Gegner? Ja die Anivia. Oh guck mal deine Vayne denkt sie über Faker. Dann hoffe ich immer dass sie wie Gozo spielt Kim. Ja der Gozo letztens war ja nicht schlecht. Der ist generell nicht schlecht. Nee der den wir hatten. Achso. Du meinst diesen Yasu? Ja ich glaub es war ein Yasu ne? Wenn du nur 100 Euro schuldest sagst du. Ich die 100 Euro schulde. Nee die 100 Euro kriegt er. Er muss nur bei mir vorbeikommen und sie sich abholen. Haha. Oha. So also. Bin ja schließlich ein Ehrenmann ne? Ja das bist du. Die Baranen sind erschienen zunächst. Dipp 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 Dipp. Nachher muss ich dann nochmal weg tanken fahren und so weiter und so fort. Ach der Tag ist noch lang. Ja. Es sei denn du schiebst wieder alles nach hinten. Nee nee. Großteil habe ich ja sogar schon erledigt. Ich bin noch ein bisschen aufgestanden. Achso. Da war ich schon lange arbeiten. Musstest du heute arbeiten? Ja. Musste schon um 6 aufstehen. Aha. Ich hab mich schon gewundert warum du mir nicht schreibst. Naja. Ich wollte ja schreiben mal. Ich wusste dass du sowieso schläfst. Hab ich gelacht. Ja. Lass ich dich dann wecke. Das ist aber lieb. Ne ist auch wirklich im Moment freut man sich richtig mal aufs Ausschlafen ey. Das glaub ich. Und ich sollte mich schon mal mehr konzentrieren zu touchen. Ja. Konzentrieren sie sich junge Frau. Ja du bist ja noch im Jungle. Du musst ja noch nichts machen. Eben. Da lachst du erstmal. Deswegen spiele ich auch so gerne im Jungle. Kann man nur irgendeine scheiße latschen und machen was man will. Oder du spielst gerne im Jungle weil du nicht lachen kannst. Pst. Oh jetzt hab ich den. Oh was ein Spoiler. Jetzt wissen es alle. Nein. Ach was. Es kommt drauf an. Last Hitten ist halt so ne Sache. Also der beste da drin bin ich bestimmt nicht. Ja und nicht schon trotzdem. Aber es ist halt wenn du ein Champ öfter spielst wird es doch leichter nur. Weil wenn ich auf der Lane spiele spiele ich ja so viele verschiedene Champs. Und da die Stärke der Autohits und so weiter und so fort ja unterschiedlich ist. Oder als EDC die Autohit Animation. Genau. Oder die Animation. Oh lass mich doch mal man. Oh oh. Alles cool. Genau. Alles cool. Wollte der nur ein bisschen Schaden verpassen. Hat er auch geklappt. Die will aber nicht wirklich. Feige Riven. Haben aber heute Bock auf mich. Nur wenn ich so riege. Boah dammit. Hat das schlecht geklappt. Dann dags. Da war ich aber doch auch ein bisschen unkonzentriert. Jawoll. Ori holt ihn. Das fängt doch schon mal an. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Gnar da oben. Oh nein Gnar da oben. Mach keinen Mist alter. Boah. Einen ordentlichen Vorteil rausgeholt würde ich sagen. Tools sind fast noch. Nein heilig. Mal los. Fuck. Das war knapp. Boah ey. Holy moly. Holy moly. Boah Panik hab ich so gerne in den falschen Exos. Hehe. Panik ist der Weg zur dunklen Seite der Macht. Ich kann nicht drauf verzichten gerade. Hahaha. Oh man jetzt hab ich schon den Last versaut. Wie war das mit der Konzentration? Ah, den schaff ich nicht. Ich bin so eine Bratze. Hättest du vorher was gesagt, würde ich dir entgegen kommen. Nein, alles cool. Mami macht das schon. Kurz auf ein bisschen Mana warten. Na, wenn ich ja wüsste, dass hier safe steht. Ach. Ach du bist schon voll okay. Haha. Hey. Nicht zu viel Risiko. Geht's base. Leute was geht denn hier? Ah, die haben mich gesehen und gleich abgedreht. Obwohl ich absolut kein Leben und kein Mana und nichts hab. Na ja, Präsenz zeigen wie gesagt. Genau. Are you scared? Ein Gegner wurde geteilt. Jawoll, hat er die Riven. Oh man ey. Ich fühl mich so unwohl gerade mit nem Bokong als Gegner. Hehe. Hm, der steht 0-1 und hat 4 Formen. Oh lol, ja gut. Naja gut, mittlerweile hat er wahrscheinlich mehr Formen, aber trotzdem. Ja, aber eigentlich kann er auf mich drauf springen. Hehe. Jaja. Und mich töten. Trotz Power. Ich hab nichts gesagt. Hehe. Das ist genau was du gedacht hast. Ich würde nie denken. Dafür hätte ich nicht bezahlt. Lol, okay. Hehe. Okay, jetzt muss ich weg. So, die haben wir 6 erreicht. Nee, die stirbt jetzt gleich. Geh nochmal hochgucken. Naja, gibt immerhin wieder 30 Gold, ne? Gold ist Gold, ne? Gold ist Gold. Das ist gerade noch so. Oha. So. Na gut, sah da... Oh, war das deine Ult? Ja. Merci, Chérie. Aber wo kommen, haben wir gekriegt? Nee, glaub ich nicht. Also ich wär eh nicht weiter gegangen. Achso, egal. Egal. Egal, dadurch kann ich weiter junglen. Aber schlecht war sie nicht. Der Wukong steht 0-2. Ja, und tatsächlich sind Farben. Im Gegensatz zu meinen... Im Gegensatz zu meinen 44. Und du bist 2 Level über dem 0. Ja. Ja, das mein ich halt. Wenn du so früh ganken gehst und das geht böse in die Hose, dann hast du... Ah, Wukong ist aber im Early auch echt scheiße. Jaja, wenn du mit dem nicht irgendwie nach vorne kommst, dann ist es schwer. Ja, sehe ich ja oft genug. Weder stompt der oder wird gestompt. Genau. Deswegen hab ich auch wieder aufgehört, ihn zu spielen. Haha. Aber ich finde ihn auf der Toplane auch wesentlich stärker gegen gewisse Ziele. Weil die kann er dann einfach richtig wegklatschen. Also ich finde ihn im Jungle eigentlich besser. Ja. Mama miss. Ist aber auch ne schöne Gegner-Kombo wieder. Was mit der Riven? Hm. Keine Ahnung, wo du jetzt findest. Vielleicht ne Toxic Riven. Kennt man ja. Ähm. Toxic und Riven in einem Satz. Ne, da ist er. Ah, ich bin auch manchmal so Brainer auf K. Ich würde ja gern Minions hauen, weil wenn die da ihre Weh drauf ballert, ist das schlecht. Du brauchst mir nicht schreiben, was ich machen soll, Junge. Ist nicht mein erstes Game. Ja, die sollen da halt einfach mal worden. Aber der Tower weg ist nicht. Ich kann erst in 8 Sekunden. Ne, ich meinte ja den, genau. Ja. Ja, ich weiß. Wayne hat zwei Wards und stellt keinen. Warte. Set the way how to play you. Naja, ich weiß nicht ob du das ohne die Ult geschafft hättest von mir. Hast du mich geultet? Geil. Ja. Hast du das nicht gekriegt? Ne, diesmal habe ich es nicht gesehen. Da war ich wahrscheinlich gerade in meiner Queue drinnen. Ha. Okay. Ne, habe ich wirklich nicht gesehen. Vielen Dank. Lass dich nicht von Stolz lenden. War auf jeden Fall geil. Und somit steht der gute Yi 3-0. Ja, die Wayne hätte da früher reagieren müssen. Wie ist das mit der Soraka-Ult? Wie ist das mit der Soraka-Ult? Heilt die eigentlich alle auf der kompletten Map oder den mit dem niedrigsten Leben? Ja. Wir haben die Ult halt alle. Oh. Und es erhöht wenn der Champion 140% Leben ist. Das war ich auf jeden Fall. Ja. Ah ja. Da hat die Wayne echt gepennt. Oh. Was hörst du jetzt zum Kill? Guck mal. Wir stehen 6-0. Nice. Was wird wo kommen? Wo ist der? Ach, der steht schon 0-3. Ja, den habe ich doch irgendwann am Tower eben nicht weggeholt. Achso, stimmt. Das war das. Könnt ihr eigentlich mal einen Drag machen, wa? Oh. Die nehmen wir aber mit. Ja, ne, ne, lass die Anivier weg, du. Ja, ich hasse das immer, wenn man Dreck macht und die Leute führen dann die Gegner noch zu einem hin. Ja. Und nach dem Motto, ey, rette mich, Hilfe! Oh, ne, ich geh außen rum. Ja. Wird gerade sagen, das wär auch sehr risky jetzt. Ich zeige dir den Weg. Ich taue mir mal deine Pflanze, ja? Danke. Bitte. Der Tower ist weg. Ich lass den mal fallen. Uh, war der erste Tower. Ja. Wenn er da halt eigentlich nicht weggehen dürfte. Hm. Gucken wir mal, ob's irgendwo ein Pinkwort gibt. Ja. Wollen wir uns natürlich auch gleich mal wieder oben. Die kommen alle Mitte. Ja, die können alle jetzt rum, wenn ich. Die kommen mal ein bisschen zu früh ulten. Hier könnte aber noch was drauf machen. Oh, guck mal, Faker spielt. Die ist da doch ganz gut geklappt. Alles nice. Ich brauch noch. Ich dachte erst, die zu frühe Ult kostet mich das Leben. Ja. Du hast nur Soraka an deinem Popo. Hehehehe. Hehehehe. Moment. Ja. Auf jeden Fall. Wenn du lieb bist, kriegst du das sogar. Hehehehe. Ich bin immer lieb. Ich bin immer lieb. Hol dich neu ärgern. Richtig auch. Bin nämlich nicht immer lieb. Hehehehe. Was? Ach, alles gut. Ach, das werde ich ja dann hören. Na ja. Scheiße, darf ich nicht hochladen, wa? Toll. Ja, ja. Schon klar. Na. So. So. 4.0. 108 Farm. Was will man mehr? Der Farm aus den ADC läuft. Hm. Oh, lecker. Ja. Wo will ein Ori hin? Ah, die jumpt da jetzt rüber. Das ist gut. Na. Ne. Kriegen sie aber. Ah, schade. Hätte ich das gesehen, hätte ich gehealt. Aber ich glaube, das hätte nichts gemacht. Ne. Hehehe. Can help me? Wer sollen dir da helfen, Mann? Gnar war tot und ich war in der Base. Hehehe. Ja, vor allem, was macht die da oben im Gegner-Jungle, ne? Was macht die beim Harold? Anivia kommt zu euch. Mein Pinky steht da noch. Ja, nice. Bin auch da. Ich weiß nicht, ob die da gewartet haben. Komm von hinten rein. Hehehe. Go machen. Go, go, go. Na. Dann halt so. Alter. Das gibt es doch nicht. Komm nicht ran. Jetzt aber. Ey. Hu. Hu. Ben hat halt wieder ein bisschen gepennt wach. Ja, aber ich hatte irgendwie auch, keine Ahnung, ich war so gut. Hm. Weiß ich nicht. Wir kamen halt nicht ran. Ja. Aber dafür haben die das hier draußen. Wir haben, warum gibt es ja auch irgendwo. Haha. Irgendwo. Ja, es hat Level 10. Guck mal, richtig Speed. Ja. Aber er hat nen Kill. Ja. Haha. Ähm. Ich helfe euch da nicht. Ja, ich würd grad sagen. Nur zwei Info. Ich wär jetzt auch reiskalt weggegangen, wenn die da reingegangen wär. Ohne Ult gegen 3 kämpfen will ich nicht. Oh, nächste Drag ist bald ab. Das ist auch cool. Kauf ich mir jetzt mal Schuhe. Typisch Frau. Ich sag's wieder nicht. Ich hab's extra überhört. Achso. Ich bin noch zurück. Glaub mir mal. Hast du Ult ready? Ja, ne. Am ersten 24. Okay, dann warte ich. Das sind alle hier in der Nähe von Drag. Guck mal, ich bin gekommen. Oh, ich hab nen Pink White gefolgen. Mann, lass mal. Die werden gleich mit rushen. Ja. Fünf Mann. Kann schon mal hingehen. Musst hier nicht mit mir warten. Aber ich muss halt von hinten kommen. Jetzt. Ja, keine Chance. Nö, die sind aber alle irgendwie nicht nachgekommen. Ja. Ich kann auch nicht dranbleiben an denen immer. Das ärgert mich in dieser Runde. Ja, und ich muss hinten bleiben. Jaja, natürlich. Hm. Ich glaub, wenn die Anivia da ist, ist das ein bisschen kack. Oh, dann gönne ich mir den mal. Die Wand ist halt übel nervig. Jo. Jo. Ich geh erstmal nen Drag machen. Ich zeig mir, wo ihr getötet habt. Ich kann nicht erst da nicht mehr heilen. Das bin ich. So, dann nochmal. Ich will den ja gerne. Ich will den ja auch. Ich will den ja auch. Nur, schicken sie wirne um mich zu stoppen. Oh leu Oh leu What the fuck war das schlecht What the fuck war das denn jetzt Was hat sie für ihr HH Ah gerade haben wir übel verloren Ja Ja ich hab auch so ein Mist gebaut Aber die hat direkt alle Minions wegkauen Und ich hatte auch noch Tower-Agro Wolltest du Tower-Difen Ne ich wollte ein Tower machen Oh Aber waren mit einmal alle Minions Innerhalb von einer Sekunde weg Wie steht denn die Ah da hören wir Den und den hier fast Ja Ich hab jetzt auch Sidestorm Ne war ich vielleicht So ein bisschen arrogant War nicht gut Na gut ich komm mal runter zu euch Die kommt nämlich dir entgegen Oder Alles klar ich werde das mal ihren Wort klären Was wo kommen terminiert Was war denn da los Ja die können halt gut wave klären Oder peel Wie nennt man das nochmal Soll Wave klären auf jeden fall Ist richtig So wir machen hier dafür die Bot-Lane erstmal Da kommt alles Bot-Lane ne Doch wenn ich Ult drücken soll Ne ne Sehen mich Ja Lass ich komme Komm doch nicht durch Bin nur unten lang Ähm andere werden da jetzt oben lang laufen Wie ist das so da kommt nicht mehr dran also nicht lebe dann ist alles okay aber wenn ihr stirbt dann war doch okay wir haben insgesamt gut gefeiert hat sich gelohnt mittel ein tor weg vielleicht haben dies gewusst hat davon dies war noch schlecht glaube ich ja war auch eine menge was ist es heute sind schnell unterwegs alle Mist komm ich nicht mehr rechtzeitig jetzt hier aber die schaffe ich auch so und ich meine nicht vorher extra noch mal geguckt wie so von der stat steht auch wo kommen gebe doch mal ein popo weg so ich porte jetzt aber wieder runter und gehen weg machen oh dieses scheiß litelle ja vielleicht soll ich einfach nur mit dir rumrennen ja bei mir ist ich versuche halt immer mal da ein kill zu holen und da schon besser wenn du die anderen am leben hält ich will jetzt nicht ja das ist zu früh reingegangen beziehungsweise ich dann auch ich hatte fast und aber halt nur fast hä was will der stehe ich nicht stehe ich nicht ach so wir würden ihren scheiß enden kriegen und nicht immer nur sterben er hatte kein leben meint er ach so ja sehe ich auch so ich zeig dir den weg ja 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 wir kommen das einfach mal von hinten so wie es ja auch richtig ist das ron das gerade ganz schön ja deswegen ja wenn es halt wanted von wukong der schlitter die ne let me hier so ein spaß der ist tot ja der wukong von hinten drückt ulf und die ist tot ne die rain meine ja ich weiß trotzdem der hat ulf gedrückt und die war tot und die dich überheilen so schnell tot war die und soll sich schutzengel holen das kann der wukong ja schließlich nur einmal machen das war aber auch eine dumme stelle zum fight gegen eine anivia erstmal im jungle da oben fighten ja einmal wolf drückt w ja gg waren in 7 brauche ich bleibt schön am tower nicht raus hier zu werden Nein, am Tower bleiben. Na ja, den lassen wir fallen. Die wurden gerade geflasht. Ich verquere es nicht so genau, ist da. So, jetzt wird es scharf, denke ich, oder? Oh, der kreift ganz gut. Das war gut. Die Woldi ist halt mega nervig. Ich bin so schlecht da reingekommen. Ich bin so schlecht nachgekommen. Wir können hier gerade nichts machen. Ja, wir können alle nichts machen. Power haben. Ja, zu zweit können wir einen Baron nicht machen. Oder? Doch, mit dir, klar. Warte, ich komme. Ich komme. Nee, ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Nee, lass machen. Zu zweit sollte es klappen mit dir. Nein, dann vertraue ich mir auch keine Aussage. Gut. Sag ich nicht noch mal AP verliere. Wenn, dann geht es mal ein bisschen zurück. Oder soll mir die so eine Pflanze ein? Ich smite ihn jetzt schon mal. So, der Lähne. Ich hoffe, das game klappt. Komm, wir fangen direkt an. Oh, shit. Alter, ich kann gar nichts machen. Was hat mich denn da? Ja, das warst du denn, dass du eine Stelle zum fighten. Ja. So, nicht alle im Baron verlieren jetzt. Schön gemacht. Wir wollen den Wayne Panther sehen. Los, da ist er, der Wayne Panther Kill. Nice. So ist das. Ja, das müsste es gewesen sein, ne? Nur 25 Sekunden, doch. Ladensensor. Boah, das schaffen sie nicht mehr. Nice, nice. Der nächste Sieg Richtung Gold. Und? Für dich ist es Silber 1? Noch nicht. Du musst erst mal in die Probe kommen. Ich dachte, bist du drin? Aus dem Silber 5, nicht Silber 1. Ja, stimmt. Wir hatten ja über Mainz geredet. Vorhin. Spendet den Scheiß, doch. Doch, halt auch umzuspielen. Ja, ach, das schaffen sie nicht. Oder? Na, jetzt kommen sie alle wieder. Ja, deswegen ja. Ne, war ziemlich dumm. Aber doch, ist halt. Nice. Doch, doch. Wieder mal ein schöner Sieg. Und ich hoffe, euch hat das Game auch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ramm. Euer Ramm.